Willkommen zurück, liebe Freunde, liebe Fans, für Feuer euer Blämmen, liebe ihr alle. Wir machen weiter, wir speichern, von Fallschwein auf Edeldame von Selen. Laos erzählte er Eric Ellywood von einem Plan. Ein Komplott, in dem Laos dazu dient, eine Rebellion gegen Rositia anzuzächeln. Ellywood braucht Beweise, um diesen Anschuldigungen zu glauben. Daher verfolgen er und seine Freunde darin, den Flüchtigen der Neutheids von Laos. Wohin die Jagd entführen wird, kann Ellywood nicht ahnen. Edeldame von Selen, Edeldame von Selen, wer könnte das sein? Schloss Laos. Klick, 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 hallo? Verdammt! Wollen kann diese Schlange damals nur verschwunden sein? Bezweifelt er, dass er Ellywood hier bereits verlassen hat, aber hätte es fünf Tage her. Der Tod von Marquis St. Laos und seinem Hof Schloss Laos. Die Kunde von diesen Vorfällen hat Lord Arthur sicher schon erreicht. Und dennoch zeigt er keine Ambition zu handeln. Warum nur? Denn dieses hier hat seine Gründe. Der Bruder muss sich um andere Belagen kümmern, welche ihm momentan die Penne binden. Was meinst du damit? Okay, das geht um Byron. In den ersten Monaten haben wir selber unregelte Berichte erhalten. König Dasmund, Dasmund, der Mordbauer, fällt sich sehr eigenartig. Zieht er auch nur die Kriegsschwäche in die Verteidigung. So könnte er mit Byron's Gewaltermachen im Rücken einfallen. Mein Bruder ist erster kurz in der Marquis und das Oberhaupt des süssianischen Bundes. Er darf nicht zulassen, dass ein anderes Land einer Schwäche oder einer Uneinigkeit gewahr wird. Muss ja alles ein Gesicht der Stärke und Stabilität waren. Genau. Es scheint, dass er momentan jedes Land einen Spion in Asitia. Sie alle wollen das Temperament und die Fähigkeiten des neuen Marquis abschätzen. Bewerben sie sich auch nur die Kleinstungereimtheit, so würden sich die Nachricht darüber wie ein Lauffeuer verbreiten. Hector, du bist der Bruder des Marquis, würde es nicht als Ungereimtheit angesehen werden, wenn du nicht an seiner Seite wirst. Der Bruder des Marquis ist weiterhin als Pflege bekannt. Wäre ich am Hof, so wäre dies auf jeden Fall Ungereimtheit genug. Du bist nicht allzu stolz auf deinen Ruf, oder? Nicht im geringsten. Oh. Was ist los, Markus? Hast du das erfahren? Der Amilad. Ein Wohter aus dem Osten hat uns erreicht. Jocelyn ist in einem Überraschungsangriff von Maxislarus gefallen. Jocelyn? Sie haben wieder zugeschlagen. Nordhausen ist ja unversehrt. Sie haben keine Nacht über Nordhausen oder seine Enkelin. Lady Lindis erhalten. Du Lindis! Sie hätten nicht mehr so weit, dass die Alläle angreifen würden. Nordhausen, Lindis. Er wird direkt, was sollen wir jetzt tun? Können noch immer am Leben sein. Es gibt nur eines, was wir tun können. Wir einigen zur Hilfe. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Wuh! Juhu, Lindis! Lindis! Wow! Wow! Oh, okay. Rett, ich bin zurückgekehrt und ich präge euch die oder euch die Schatten. Seitdem verlassen vom Schloss bis zum Wartner verstreut. Jetzt müssen wir das in 15 Männer sein. Seid ihr euch. Seid ihr euch der Eure 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 Eure. Eure 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 E hätten sie vertrieben. Eliwood, warum sollt ihr Laos angreifen? Das wird ja immer interessanter, weil Laos hat also nicht nur sein Schloss im Stich gelassen, er hat auch seinen Sohn Erik zurückgelassen, als er hier nach Selen floh. Das ist verachtenswert. Er ließ seine eigene Sohne zurück. Zumindest wissen wir, dass hier Eliwood in Laos befindet. Vielleicht können wir ihn um Unterstützung bitten, falls es gäbe eine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Wenn wir es vermeiden können, gefangen genommen zu werden, würde der beste Weg wohl doch für den Wald führen. Soll ich gehen? Ich meine, du hast recht. Die Pferde können sich im Wald nicht gut bewegen. Es wird dich eine Weile dauern, aber die Reise wird dir ein leichtes. Die Läden ist sicherlich, ich kann über den Wald hinwegfliegen. Ich habe schneller in den Haus als irgendjemand sonst. Florina? Du kannst diese Pferde nicht allein tragen, das ist unmöglich. Dank meiner Zeit hier bin ich Männern gegenüber nicht mehr so schüchtern, wie ich es einst war. Und ich stelle die Leute Eliwood bereits einmal gegenüber. Ich bin mir sicher, dass ich diese Aufgabe alleine bewältigen kann. Es wird schrecklich gefährlich werden. Das verstehst du doch, oder? Ja, aber ich habe mir selbst ansprachlich gegeben. Versprach für dich, viel mutiger zu werden. Ich bin nicht länger die kleine Schwäche Florina, die ich früher war. Ich werde es schaffen. Bitte verdau mir! Bitch! Du hast mich überzeugt. Diese Aufgabe soll die Deine sein, Florina. Doch versprich mir, dass du nichts versuchen wirst, das Unmögliche möglich zu machen. Wir haben die Lady Lädtwoll. Tschüss! Tot! Flup! Habt ihr eure heutige Resort-Video Florina gefragt, wie kann die eigentlich die Blödschen klinken? Wie überhaupt so zaubernd! Sie ist zu einem vollwertigen Pegasus-Ritter geworden. Vor allem wo sie... Ja, das ist sie. Und das ist alles nur für euch, Lady Linders. Welche gelandte Einstellung. Als sie noch auf der Ebene leben, war ich stets ihre Beschützerin. Ich weiß, es sollte nicht traurig sein, aber dann noch. Fuh! Komm mal in der Baukirche. Da kommt etwas über den Sitten im Himmel. Was? Ja, alles. Das ist ja, wenn wir uns sogar da vorglaubt sind zu gelangen. Aber egal. Und so. Sonst würde wir vorher jemand aus der Ebene rauszulassen. Morgen, Schatz, du fortretten! Holze vom Böbel! T-t-t-t-t! Ähm, nach Laos... Um nach Laos zu gelangen, muss ich über den Ball fliegen. Und mich dann wirklich zum Norden halten. Dann muss ich... Moment! Wer sind die Leute? Sie tragen keine Ballen? Doch! Ah, der Baller der Spitze! Das ist leider Anywood! Ja, jetzt wird es schön für mich wundervoll! Ich muss mir jetzt im Mittelwohnheit und so viel wartet. Anywood! Ich habe den Fall gesichtet! Warum mühken sie deine Punkte zuvor? Sie ziehen auch etwas im Himmel. Wer sieht doch! Dort oben! Mein Pegasus Ritter! Lachen, Herr Leber! Kann es sein, dass... Florina, bist du das? Ja, ich bin... Florina, senke tiefer! Ah! Florina! Oh mein Gott! Das Panik! Das Bode, das Alter! Ah! Halt, du mich hörst, Florina! Lachen, Herr Leber und ich! Sie sind schon seit nicht beide angetroffen! Sagen, hattest du ihren Fein auszulichen! Hast du dabei die Ballen ausverloren? Ist für mich heilig bereit, ich bereite dich aufsorgen! Ich bin nur froh, dass du unverserbt bist! Seit mit Florina, warst du denn... nicht mal denn das? Ja, Lord Anywood! Der Leber befindet sich hier in der Zeit dieses Waldes! Sie wartet auf eine Kalele, das Schloss anzugreifen! Sie will was? Dennoch ist es gut zu hören, dass sie wohl auf ist! Ich finde es gut, dennoch wird Haus in Gefangenschaft! Er ist noch immer im Schloss! Verschirte, dann lasst uns gehen! Wup, wup! Jemals sei so weit gegen, doch Kerl, ich will wissen, ob wir den Pegasus mit der Hand geschossen haben, seid ihr noch atmen und sorgt dafür, dass sie damit aufhört! Mein Lord, im Westen, wir werden angegriffen! Es ist Anywood, den Monus für Rae! Er ist also hier, oje, das ist uns Chance, Magikler aus unserer Neuertidität zu bereiten! Äh, weiss! Eure Gegner sind aber nur ein bunt gemächter Haufen von Namen! Gegen uns haben sie keine Chance! Elliott Green Nice Richtig Nice 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 Wie viel magiert sie? Zahra hat auch Na Nehmen sie mit am Besten Oner Days sind beir colby weil du wirst aber ein bisschen mehr hin und her du bist doch so übermenschlich stark ja du bist nicht so stark dann kommen wir nicht raus du wurdest eigentlich lasst dich drin wo ist Hagrid? Kausch Need him genau du willst auch noch eine Eisen Egg ich glaube in diesem Fall gebe ich auch ihm eine Eisen Axt einfach nur für den Fall der Fälle der braucht mal ein neues Schwert braucht mal ein Stahlschwert hat immer wieder ein Stahlschwert für mich Hallo! Stahlschwert Sammon please Karte prüfen wir checken die Karte ab Karte anschauen da viele Gegner haben muss mal kurz weiter warte mal kurz wirга aber du bist K생alt weita verlappen ja das ist gut aber wir müssen das alles das ist ein bisschen okay und die sind gar nicht da so geil ne kann ich meine leute für was hier formatieren wo ist mein lohen Lohan Lohan muss natürlich direkt an die Spitze mit meinem Orson zusammen der Orson muss aber ganz hier rüber hier musst du hin du musst mit da hin hier bleiben ja du darfst auch mal mitkämpfen genau stark bist du denn? Hahahaha wie unmenschlich wobei Lohan sogar stärker ist muss ich sagen also er ist nicht stärker vom Stärkepunkt her sondern vom Verteidigung insgesamt ist er einfach besser krass Lohan hat sein Meister überholt krass ok ähm ich speichere nochmal hoher Sprit springen ich würde sagen wir gehen zurück und let's go let's go Meldos weiter versetzt wooo Meldos einsetzen ja natürlich natürlich stellen sie ihn am unkürzigsten Punkt ever hin WTF Hallo ok ja ihre Mannschaft scheint sehr eng verbunden zu sein es ist wichtig freunde zu haben die euch unterstützen und helfen und mit jemandem wirklich gut auszukommen muss man mit dieser Person auch sehr sehr nahe stehen ihr versteht sie in der Nähe von jen jen mit denen ihr euch gut versteht Denn so werden eure freundschaftliche Beanderer noch viel stärker. Sie weiß auch, dass Serious keinen Aufschluss darüber geben, mit wem ihr am besten zusammenpasst. Aber macht euch nicht so viel, in Anmerkung, dass ihr den Kampf vergesst. Ich habe vergessen, Florina ist ja... Sind sie jetzt auch da? Natürlich sind sie jetzt auch da! Mein Zane ist zurück! Hallo Zane! Hallo! Oh, mein übertrieben starker Zane einfach, ne? Oh, bitte, bitte Lindus Sacken, das ist ein Händler, das ist ein Händler, das ist ein Händler, das ist ein Händler, also na ja. Ja, nice! Kaufen! Stahlschwert, her damit! Mehr Geld habe ich nicht, verdammt! Der hat einen Stahl... Was ist ab? Was ist ab? Ich muss hier echt aufpassen, wenn ich das mache. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich mich hier durchforste und durchkämpfe und alles nachhaltig auf Planung und Taktik vorgehe. Vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns im nächsten Part, bis dahin, tschüss!